Wir sind doch an jedem Haus in der Team. Hier bei mir? Hier. Bye, bye, Bruder, diese Waffe! Der wird rasiert, der wird rasiert, scho, 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 scho. Nicht dein Herz, nicht dein Herz! Bruder, wie viele sind da? Yo, was geht ab, ihr Arams? Wieder ein neues Gameplay am Start. Erstmal haben wir zu dritt gespielt. Richtig, richtig coole Runden heute gehabt. Wir haben hier die Waffe gespielt, ich zeige sie euch mal ganz kurz. Das ist mein Loadout, momentan, was ich spiele. So spiele ich die RAM. Tut mir meine Kamera weg, so. Und ich spiele hier die Swarm, die langsame Variante davon. Finde ich mega geil, mit 50 Schuss. Und das ist meine Perks, genau. Wie gesagt, die Runden haben Spaß gemacht. Waren manche gute Runden dabei, manche schlechte Runden dabei. Ich habe hier zwei Gameplays für euch. Heute um 19 Uhr, glaube ich, oder 18.30 Uhr oder irgendwas, kommt ja wieder ein neues Update. Bin mal gespannt, was für Meta-Waffen diesmal sein werden. Welche Waffen schlechter oder besser sein werden. Schreibt mir in die Kommentare, welche MPs oder welche Waffen ihr diesmal gerne als Meta sehen wollt. Oder beziehungsweise welche Waffen besser gemacht werden sollen und welche schlechter gemacht werden sollen. Ich habe auf jeden Fall Lust, dass mal ein paar andere Waffen, die man gar nicht spielt, besser werden. Und ein paar Waffen, die zu gut dann einfach mal schlechter gemacht werden, damit auch wieder ein neues Gameplay oder einfach mal was Neues dazu kommt oder was Neues gespielt wird. Lass noch kostenlosen Abo hier auf den Kanal. Vielen Dank für den Support dafür. Wir streamen auch täglich, wenn ihr mitspielen wollt, wenn ihr quatschen wollt, wenn ihr lachen wollt. Schaut auch gerne auf Twitch vorbei, wir streamen täglich und jetzt viel Spaß beim Gameplay. Heid! Die nehmen mir meine Palle. Dann mach ich jetzt mal den Monitor an. Ich mach meinen Monitor an. Er spielt ganzer Ton im Monitor. Nicht dein Ernst. Ich nehm dann den Controller mal in die Hand. Let's go. Ich hab das Gefühl, da oben, wenn wir landen, sind einfach 17 Teams oder so. Es fühlt sich immer so an. Schon wieder landen da 17 Leute, ich hör es. Eigentlich müssen wir ein bisschen drunter landen und dann Action. Ja, hinter mir landet jemand. Da 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 sind alle da. Bei mir landet auch jemand. Hinter mir links. Nicht dein Ernst! Nicht dein Ernst! Bruder, wie viele sind da? Die holt sich hoch da oben. Sehr schön. Ich hab auch keine Waffe. Egal, ich mit Pistol. Komm. Scheiß darauf. Nein, am Auto. Weiter nicht sein. Fucking Ernst. Doch. Ich brauch die Sachen. Alter, wo ist eine Bombendrohne? Und wo? Ich hab keine Waffe. Ich hab keine Waffe. Kann sie sich holen? Ich hol mich um. Davon da. Komm. Warte. Ach, hier noch einer. Wo? Ist hier? Oben an der Mauer. Oh, man weiß, ich sehe es. Warte. Er ist links von mir, glaube ich. Wo ist der Hände? Über die. Oh. Wo ist er? Er steht hier. Oben drauf. Oben drauf. Der ist ein Bot. Wie ist seine Mutter? Warte. 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 Ich hab ein Waffe. Warte. Warte. Was ist das für ein Schrott-Spiel? Ich schwör. Die werden beide tot. Ich schwör, ihr habt so glück, dass sie ich gerade keine richtige Waffe hab. Ihr werdet beide tot. aber ihr könnt es kommen die sind komplett schlecht die gegner so eine waffe wäre schon mal schön okay die sind so schlecht die gegner ist unglaublich ich kann nicht pushen ich wusste jetzt habe ich komme wo ist dahin der bot einer drin einer drin da es kann er ist ja ich muss die landen wieder auf mich man hört es kennt auch noch eine andere wasser und in dem anderen haus war auch noch einer beim grünen marke jetzt habe ich zwar gibt mit waffe je mehr über die waffe ich kann die waffe nicht aufnehmen das vorbei gegner unten oder wasser spieler schon wie die spielen die spiel wie ich bin mit füßen ich schwelle spiel mit füßen geben wir können bei dir schaffen ich habe es gerade gesehen ich lande in der claim drin nicht nur claim oder waren noch minen alles andere seite andere seite andere seite hier ist hier drin ist hier drin ist hier drin ich habe wie seine mutter ich kann die bot nicht töten ich kann die bot nicht töten ich habe ich konnte nicht einfach nicht mein ehem ist alles war weg auf einmal also weil der typ da stand von irgendwo anders bekommen von der richtung der gegner gegner von mir man hört es richtung shop mäßig warte ich höre irgendwas hier irgendwo habe ich was gerichtet irgendwo von unten auf jeden fall da rechts rechts hier hier ich habe das doch gehört bruder warum habe ich das eigene waffen ja links von rechts 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 ich bin tot ich bin tot nicht ein ernst nicht ein erzielst noch gegen warum kann ich nicht an dem ok so wir können waffen switchen wenn du magst oder du kommst mit der nicht klar warte der wird rasiert schießt runter ich musste stehen wir sind zwei sind zwei schießt einfach mal weiter ich gehe auf die zuerst links der sport der wird jetzt sterben wo ist er der ist tot der ist tot und wo ist noch hier irgendwo habe ich gesehen okay warte wir können waffen wechseln und hier komm her naja ich habe angeschaut warte über uns von links her von oben irgendwo ich lasse immer noch nie behalte einfach noch die gegner war okay aber ich wurde von hier um angeschaut wo ist denn der wo ist die kack kontra drohne hier ach so was ich mache weg hinter uns schau hinter uns hinter uns ich wusste sich von da angeschaut wird er du wirst jetzt da oben sterben du hundesohn warte na ganz oben da schau mal schau aber er wird rasiert da hier der ist one shot der ist one shot wie kann man da hoch überhaupt nicht dein ernst aber er wird gleich runter springen dann ist er tot okay ich habe den kill geklaut aber da ist noch etwas einfach links über das sniper nicht mehr mitnehmen kurz ich komme ist er genau beim da ist immer noch da war da war hier weiter noch weiter diese waffe snake du siehst wir sagen die waffe scheiße oder was beste waffe im spiel es schaut aus wie cheat nahe hier aber links okay dann gehen wir dahin wenn du magst diese waffe der hört sich an wie ein cheat ich schwöre auf alles naja die feiten die feiten hier wollte wo feiten die da oben da oben ist da schon mal da aber es zu weit aber es ist echt zu weit das ist eine drohne kaufen hier schnell schon hier sind hier die drohne von zur richtung shop kauft genau kauf ich warte stimmt warte mal ich schmeiß meine raus hier nimm sie und dann kann ich die waffe noch mal kaufen so passt ok let's go pass was was jetzt wir pushen welche hinter uns da vorne hier vorne hier vorne sind die vier leute drin in dem komischen 1 weiter hey diesen diesen neben mir da hat bot er sitzt einfach da sehr schön habt ihr drin wer ist tot sieht ihn einfach nicht hier drin das wahnsinn man sieht da nichts gern weil es so dunkel ist ja ja ich hab's gesehen ich hab's gesehen vorne gelandet hier vorne hier hier bei mir er wird sterben aber diese waffe ist nicht normal und hier als 1 weiter wartet er wieder rasiert da oben da oben wo sind die unten muss auch jemand sein ich habe unten gesehen auch über uns sind die ich weiß ich komme ja er läuft hier rechts rechts von mir er läuft hoch er läuft hoch meine leise er läuft wieder runter warum läuft er runter keine ahnung weil ein bord ist sehr schön dieser beschissene bord weil er kurzen high ground hatte bin ich gestorben runter gefallen ist immer noch zwei oben glaube ich ja überlebt kurz zehn sekunden ja da sind noch welche kann ich kurz da landen mein scheiß holen sohn kommt ist einer mit euch oben dass ich meinen schmutz hole oder wo er sich das hat da alles das treppenhaus braucht meine scheiß waffen meine waffen sind nicht mehr da das ist weit er wusste meine waffen meine waffen sind weg hat er bestimmt genommen dieser verfickte bot er ist runter gesprungen hinter uns sind auch ein hier ist einer runter gesprungen es kann nicht sein dass dieser beschissene bot hier du verfickter bot so gibt meine waffen nein ich bin tot über die welt über die welt über dir hast du denn er landet noch einer warte kurz ich will meinen scheiß über uns immer noch einer über uns immer noch einer bei bei waffen lehrt gibt es doch nicht erst so war der wird gleich runter springen er wird gleich runter springen er wird sterben jetzt wirst du sterben du hundesonn da oben komm du bist tot wenn du runter springst springen wo da jetzt hier schon hier vom wort mehr was was wird sie sich jetzt retten du bastard egal was du machst du bist tot da oben da bei beide hunde sollen ich habe gesagt du wir sterben hier links ist auch noch hinter uns sind uns da der wird gast der wird von gast stemmen hier ich hier kommt kommt die sind ab hier bei mir warte ich gehe weiter vorher wird sterben als chefin kommt auf ihn bei meine waffen er nicht dein ernst er hat nicht er hat keine waffen wo ist ein shop hier markiert mal was ich habe eine beschissene sniper und schmutzwaffe poli was ist für hässliche waffen alter ja wo ist ein shop kannst du schießt das scheiß ab hier ist nicht dein ernst nicht meine rahmen doch das ist meine rahmen nimmst du nimmst du so um meine waffen das sind meine waffen einfach meine waffen nicht dein herzliches oh mein gott wie du rasiert hast du bist doch nicht normal wir sind die gehört gar nicht zu scheiße sehr schön hast du es gemacht alles gut wir brauchen keine waffen mehr haben wir nicht besser eingelaufen der ist hier ein bisschen weiter jetzt vorbei ist habe ich meine waffen wieder oder ich glaube hier ist einer zum shop gelaufen ja dann gehen wir sind geschossen links von dir er spielt die poli hier nicht angeguckt worden wir können ich zum shop gehen hier drin hier drin wo bei dir hatte hast du uns sehr schön lassen sich im shop gehen hast du dich im shop gehen ich habe ich will shop gehen kurz ich bin tot weil er oben ist abend nicht dein ernst hinter dir ja ich hatte kein leben deswegen sehr schön wichtig und richtig unten rechts hier 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 war der ist hier es kommt ja auch er kommt hoch er ist oben er ist oben hier bei motto wo ist der letzte bricht ich habe keine drohne mehr sonst aber auch vorne beim shop da 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 vorne da hier oben am dach wird auch das ist warte da kommt ein prinzip auf die was auf rechts 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 ist noch einer und über mir ist einer warte er läuft hier hinten drüber muss gleich kommen er muss gleich er ist er ist drin er ist drin er ist drin bei dir wo ist denn er ist über uns es über uns es über uns hier wird sterben der arme warte ich gehe hoch jetzt ganz hoch oh mein gott oh mein gott oh mein gott ich bin tot er ist oben bruder was für ein typ nicht dein er hat aber jetzt sterben warte lassen kommen wir mit sterben wenn er runterspringt ist er tot kommen wir auf kauf sie noch mal erst du kannst sie kaufen alles gut er guckt in deine richtung jetzt ich weiß mal geld raus ich weiß man geht raus ich wollte sie noch mal kaufen wir können auch vierer spielen mir wurscht wo laden wir scheiß also jetzt schon da okay okay bis zu spät nicht euer ernst denn der heini nüchtern wollte dich haupten ich land gleich auf gegner sehe ist noch bei euch jemand ja hier unten hier schaffen bei die weiter er sieht mich nicht ich bin gleich dann ist tot bei bei ein kilo fleisch olex und das wieder namen nicht dein ernst der kamel treiber hinter euch ist noch einer ist noch einer der sohn schaut bei euch jetzt man schaut der typ da was naja der der bre hier wohin dahinter landet einer er landet nicht mehr hat angst ja da er doch er landet er landet ja hier haben wir pushen den das ist solo der kann nichts sein holen an holen was er will ist allein ist links und der ist links runter geschwungen wo ich sehe nicht er ist hier drin er legt sich hin als gut alles gut er ist bord lande noch einer was ich spritz dich darüber die überall da landet er ist hier in der sind ja genau warte ist tot der arme ist komplett tot wo ist denn da links weiter hier nur da wohin müssen die gleichen ganze zeit die wollen immer wieder hier landen ich verstehe es nicht warum der kamel treiber dabei aber ich würde sie nicht auch finischen kommt also komplett löschen weil die sind nicht so gut kannst paar kills mit denen sogar machen müssen sich mal ob die sind jetzt unten wie viel geld brauchen wir denn was brauchen wir denn 12 5 oder wie sind das 25 glaube ich ja man geht ok ja doch fast da unten können noch ist ein moment die scheiße hier ist glaube ich noch was ich höre ja da richtung shop hier ich bin hier das ist noch schnell kunst zu low die kaufen hier liegt mein geld auf die entfernung schmeiß mal noch geld raus von dir aber reicht es was hier ok ich kann nicht rangehen so let's go alle zu gierig alle zu gierig kurz noch an an muni kiste rangehen komplettes team dahinten ja wo ist die scheiß muni kiste ach hier ist ja warte die werden jetzt gelasert oben drauf ja unten rein unten rein down diese war bei dir rechts 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 von dir scheffin er ist hinter dir ja sag ich ja gerade rechts von dir er ist worden wirklich komplett natürlich ist er worden das habe ich denke rechts von dir du hast kurz minimap schallst du ja 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 minimap musst du mal schauen immer minimap achtens aller abend oben wo von wo schaffen wo ist der brennhaus vor uns von einem posch ich denn da landet einer ist er oben oder unten drin und den habe ich der andere ist weiter gelaufen okay hier ist der nachbarhaus klar da kannst du ein zeug wiederholen hier ist nichts da landet einer hier oh mein gesundheit oh mein gott ich habe ihn fast 200 meter habe ich ihn fast gelasert hoch du scheiße mit einer da links landet einer hinter dir die land mal hinter uns siehst du die nicht mal so weit von uns die gemischung erlo die lodi gehen ja da eine dauer die anderen waren hinten dran er ist in den haus drin da hatte ich die links lang das sind zwei sind zwei nur zwei links von dir da einer raus wäre es auch man schaut bei dir er versteckt nach es bot er ist tot der kilo vielleicht schon wieder wo springst du mich dann habe ich da ist noch einer bruder wie die alle gelater werden von mir links auf dem dach okay du kannst du kannst einen feinde kommen hier deutsches ist wie kann was oder wort da wie kannst du das überleben hinter dir links und dir scheffern links und dir da ist noch einer da ist noch einer ich wollte siehst du auf der marke auf dem dach sind ja oder den lodi erst mal bei links hier 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 ist hier hier habe ich bruder was mache ich mit der waffe gerade kommen auf den gegner ja ja links 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 wo ich markiert habe ich sterbe selber durch mein scheiß präzio oder was aber ich bin safe eigentlich nur spritzen kurz so kurz nachladen hier am low die sagst du wo ist ich höre gegner hier richtung ich höre gegner aber ich weiß nicht wo wo sind die wo gibt es den shop hier kurzen drin hinter hinten ja da ist eine glande hier oben da ist noch einer ist noch einer nicht nur an der mauer rechts sniper da landet einer hier hinter dir hinter der ist hier was auf sniper links bei ja da wo scheffern ist und da wird hier liegt über plates kelly plates kommt zur richtung zu mir liegen plates hier sind noch plates hier einfach zu mir kommt über plates bei dir ist noch ein irgendwo ich glaube ich bin aber nicht mehr ich glaube auf dem dach war ich hießen warte mal gibt es hier in der ecke links wo links irgendwo in die richtung ich weiß nicht genau von wo die schüsse kam da hier hier one shot one shot fucking one shot ach komm fick dich doch man scheiß franzosen wieder ja da drinnen lukas alter was für name da war fucking one shot oder was für eine waffe hast du gespielt das würde ich gerne wissen wie schnell ich umgefallen bin von dem der nicht mal jeden schuss getroffen hat ich habe jeden schuss getroffen er fällt nicht um ich kann da noch mal landen oder mein zeug holen ich brauche kurz mein scheiß er ist wahrscheinlich immer noch da drinnen da war es irgendwo noch da ich werde von da an visiert schon wieder der gleiche an meine leiche tötet sie bitte das sind zwei jetzt sind zwei sehr schön tschüss tschau kakao ihr hunde was für bastarde das war wichtig mein scheiß abmann wo ist mein scheiß zeug hauptsache die pizza sind weg mehr habe ich nicht erwartet ich habe nur aber die feiten da die feiten bei die feiten wir können da hingehen das go die feiten da 100 prozent man hört es und die ist auch noch in der nähe ja warte mal diesen 100 prozent hier drin ich denke ich würde gerne noch eine drohne kaufen ich hoffe eine drohne schnell warte ich schaffe eh noch drohne zu kaufen ein drohne links von uns auf dem dach aber und hier aber die kommen die werden wir nicht unterspringen müssen dann ist für die da am fenster wollen schaut er wird gleich in unterspringen dann ist er tot sehr schön sehr schön da ist noch ein da er ist und er ist nun kann sie finischen unter dir unter dir erst genau unter dir ja 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 und hier die sind hier hier warte die laufen jetzt hier raus hier bei mir warte wo ist der brie 100 prozent habe ich doch gerade eingesehen da da auch gedauert das team habe ich ausgelöscht ich sehe es nicht ich sehe noch nicht ich habe nur auf der mimi mit gesehen links und links und links angeguckt ja hier ja er läuft rein wir kommen wir holen den hier ist ganz nah einer bei mir hier bei mir shotgun aber stirbt alles gut habe ich ich kann ich kann ihn nicht rauchen und wo überhaupt alles gut lass uns rechts rotieren lass uns rechts und hier keine platten drücken ja fehler vielleicht hast du pläts überhaupt ja ich habe zwölf schluck jetzt manchmal fehler dann gehen wir weiter ja fehlern dem kirchturm war einer in dem da drin ja ja da drin ja war der blut hat diese waffe dies dass mehr das mehr wir können ihn abfangen wenn er runter springt was wollte die hoch pushen mir wurscht ihr wollt ja ja die sind da oben drinnen da kommt einer runter da und dann ist hier der ist hier bei dir okay wie schnell geht okay sehr schön mit dem pc kurz drohne kaufen ihr kommt noch zu mir ein tor hinten ist doch mehr das noch mehr die sind drin mit feuer schott kam raus kommen raus was sie rauskommen ja lass die werden gleich sterben in die rost ja ich sehe sie da die leute hoch gegen 1 hoch sehr sehr schön gespielt gibt mir mal kurz munich ist die schmeißig kurz ich brauche kurz ich habe noch eine munich ist wenn du braucht okay habt ihr rauchgranate für mich ich kaufe kurz eine drohne hier drohne und kauft auch noch drohen kauft auch noch eine drohne ihr habt geld kaufs drohne wir können so verbessert kaufen verbessert sie einfach komm du kannst noch eine drohne kaufen easy war mal hier links ist noch einer wo ist denn der ist hier 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 ist hier ganz wohl bringen bei bei tod verbessert jetzt werden wir können sie abfangen wir können sie abfangen davon einer down habe ich oder die schnell gelasert werden mit der waffe ich gehe weiter rechts da ist hier hier dann alle bei bei wo nach unten bei euch ist sie sehr schön nice